Ja, ich hab's gefunden. Hä? Okay, warte, soll ich dir sagen, wie ich heiße, damit du das auf YouTube eingestellt hast? Lass mich nicht killen, der Krimi! Warum machst du so? Aber ich will... Ich hab's gefunden. Ich hab's gefunden. People safe, people safe. Ich sehe doch. Ich sehe doch. Ich sehe doch. Ich sehe doch. Ja, aber soll ich sagen, wie ich heiße? Ja. Ähm, großes B. Brett-Owner. Ja, Brett, groß geschrieben, als letztes Owner. Brett-Owner. Brett-Owner. Ja. Owner. Owner. Oh. Cap-The-Safe, Cap-The-Safe. Okay, warte, bestäbier mir mal. Ich geh bei B. Nein, B-R-A. B-R-A? D. Warte. Ja. Ja. Äh, Leertaste. Ja. Großes O. Ja. Kleines W. Ja. N. Aus N? Ja. E. Äh, weiß ich nicht. Äh, warte. Guck, ich mach, ich mach Fortnite, es gibt da zwei. Hi. Ja. Ja. Ich... Jetzt mach ich Katzenklaue, also wollte ich grad... Ja, ich seh's. Ja. Ich bin eigentlich ein Zuschauer. Ich weiß, ich hab... Siehst. Doch, ich seh dich oben. Ein Zuschauer. Yeah. Hehehe. Kannst du mich abonnieren? Ähm. Ja, warte kurz. Ich frage auf den O. Ich frage auf den O. Ich frage auf den O. Weil... Eher... Wie viele Abonnenten hab ich? 500. Was? Du hast ne... Du hast ne... Oha. Danke Leute. Jeder, der mich abonniert, hat ihre Männer. Ich... Ey Junge, warum krieg ich Schaden? Ich bin auf der Spawn-Insel hängen geblieben! Guck doch! Ich bin auf der Spawn-Insel hängen geblieben! Ich bin mitten im Wedge! Na, was geht bei dem grad ab? Ich bin auf der Spawn-Insel! Ich krieg einfach... Ja, ich bin auf der Spawn-Insel... Ja, warum? Jetzt bin ich tot! Aber jetzt... Manu, jetzt konnte ich die Mission nicht machen! Aber scheiß drauf! Einen guten Witz hatte ich mir! Ja, ich verlass wieder! Ich muss halt Mission machen, ne? Das ist wirklich... Hä? Ey, warte mal, warte mal, warte mal! Spielst du auf Tastatur? Ich? Ich? Na doch, ich hab's! Digga, kill doch nicht den Aura ausziehen! Warte mal! Ey, warte mal! Ey, warte mal! Ich mach kurz einen Tiktok! Wie gut, dass du dir alle folgen solltest! Ja, ehren mal! Wie... Wie viele hast du da? Hey, das ist voll geil! Tiktok ist Instagram 2.0! Ja, ich hab Instagram und Tiktok! Ja! 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 Ey, könnt ihr euch dritten auf Tiktok folgen? Ey! Auf Instagram, ich poste nichts, da habe ich schon 20 Abonnenten! Postest du nichts? Nein! Ey, Junge, ich hab einen Tiktok-Account! Ich hab einen Tiktok-Account, aber ich tu nichts... Ich tu nicht mal ein einziges Video machen, aber ich hab trotzdem 375 Follower! Ey, Leute! Auf Instagram heiße ich genauso wie auf, ähm, mein Fortnite-Name! Und ich... Und ich... Und niemand muss... Ey! Ey! Machst du gerade das YouTube-Video auf mein, ähm, in meinen Stream? Alex! Alex! Guck mal, ich bin schon wieder auf der Spawn-Insel! Jeder, der sehen will, wie es auf der Spawn-Insel ist, kommt jetzt in, äh, mein, äh, Stream! Alex! Ja, was ist? Äh, wie... Wie heißt du auf TikTok? Äh, auf TikTok bin ich nicht angemeldet! Hey, wir können ja aber Leute fragen! Ja, aber da bin ich nicht angemeldet! Ich bin auf Instagram angemeldet, da heiße ich so wie in Fortnite! Ey, Leute! Warum bin ich immer auf der Spawn-Insel? Ey, Leute! Ey, Leute! Ich bin einfach auf der Spawn-Insel, ne? Kann es sein, dass du dumm bist oder so? Mann, dieser, dieser Fußball-Skin spielt diese hessige Panther mit 8 Schuss! Oh, dear! Hi! Nein! Ich hab den No-Skin für sich den No-Scope gegeben! Aber ein Hitmarker! Was machst du gerade? Ich mach gerade ein TikTok für dich! I like the movie, movie! I like the movie, movie! You like this! Are you ready? Are you ready? Aber du bist doch gar nicht in meinem Stream! Was? What? Was? Was? Halt mir der! Oh, er geht nun! LTF! Für, äh, so wenigstiger wieder! Was ist das bei mir? ist eigentlich der älteste aus der Partie er werden wir ja ein bisschen ja mal gleich wie alt bist du Orte und mit denen er erklärt hat sich er ich bin von der Welt halt nicht ich bin zu ey leute wer ist der zweite jetzt ist die ganze zeit auf der spareninsel was guck mal was jetzt passiert ist ich lasse fort nein ich kann mich nicht mal umgucken und ich schwebe einfach also es danke dass ich jetzt mal eine runde gehe das gerade war horror für mich der typ spielt dieser fußball skin spielt nur diese acht schuss krankmann ich lasse gleich ich schwöre leute für wen von euch war das gerade was bei mir passiert ist auch ja dein skin hatte corona virus und ja mein ps4 corona virus alles in mein zimmer hatte corona ich habe corona virus gar nicht gehen hatte corona deswegen duftest nicht gewonnen hat wenn ich jetzt in der lobby junge epic games kann mich mal wenn die nicht sofort die server in ordnung bringen dann schreibe ich auf instagram an mir reicht ich habe fortleid auf instagram abonniert und schreibt die gleich an ich nehme den englischwörterbuch und schreibt die an junge die soll das mal fixen wenn das nicht bald weg wenn das nicht bald weg gemacht wird schreibt ich hasse es 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 guck mal die fortleid server sind down leute für wen von euch sind die fortleid server auch nicht mehr spielbar gruppenkeile ist einfach nicht mehr spielbar man kann gruppenkeile nicht mehr spielen leute ihr könnt gruppenkeile nicht mehr spiel es ist unspielbar leute jeder der youtubers macht jetzt ein video ihr könnt gruppenkeile nicht mehr spielen es ist unspielbar wirklich es ist jede runde ist back ich konnte jetzt bis jetzt habe gefühlt schon fünf runden gestartet noch keine einzige spielen es ist unspielbar ich will mich in gruppenkeile einspielen aber dafür anscheinend nicht epic games warum tut ihr so mir was an ich bin doch mein friedliebender farmer äh ein friedliebender mensch warum farmer ich wohne auf dem lande aber bin kein farmer mein nachter ist farmer wer lohnunternehmer ich höre mein stimmefläch weg oh 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 fortleid oh fortleid gott helf mir ja 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 kannst du nicht äh also wie viele abonnenten hast du auf tik tok hast du den tik tok hast du den tik tok hochgeladen oder hier hast du dir auf privat das teams kann man spielen teams kann man spielen warum was ist denn aber wenn du den vr modus anmachst äh die ps4 sieht das doch nicht ach so äh ne ich bin doch gerade selber und wenn ich dir zugucke wird mein team beendet wegen werbung naja ähm guck mal man darf nur du musst mir jetzt schon gehen äh nein er stimmt auch wieder hey du hast ja wie machst du ins wie machst du intro ich habe kein intro wie geht intro jetzt ohne spaß ich mache fortleid autobahn polizeisemulator und minecraft story mode habe ich erst ein video gemacht ein live stream was machst du für live was machst du für live ja es ist halt wirklich jeder schwitzt in fortnite so hat rein das nervt ach so ach so ach so ach so ach so ach so was ist das ach so ach so kein ne Frau, die ich nicht kenne? Lieber kein Kommentar. Ähm, warum Bitch? Also, das hier ist werbefrei. Das hier ist werbefrei. Ja, aber mein Stream ist ab 12 und ab wieviel Jahren ist das Spiel? Ja. Ja. Was passiert da? Was passiert in dem Spiel? Ach so, also wie Fortnite. Ja, also wie Fortnite, nur dass du auch alleine spielen kannst. Also, zum Beispiel wie die Mode Combat? Ich hab doch noch nie gespielt, ich weiß nicht was. Aber... Es gibt ja auch viele Fortune-Wall, die das Spiel ist. Und... Ist das Spiel berühmt? Ich habe das Spiel berühmt. Der Herr Lieber, der Herr Lieber, der Herr Lieber. 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 Ich habe schon kras'nen Loot. goldene scar goldene heavy boom bogen lila technische schronfinte und der blau schnellfeuer machine pistole also ich finde ich habe schon guten loot würde ich jetzt mal behaupten ja okay das brennt jetzt gar kein Bruder, ey, warum will er dich deabonnieren? Du bist doch der geilste YouTuber. Junge, der soll erstmal sein Leben lernen. Nein, der soll erstmal sein Leben lernen. Und lernen, dich zu benehmen. Ja. Bruder, das wird die 20er. Ah, ich wurde gesnaped, ich wurde gesnaped, ich wurde gesnaped. Oh, wie irre muss seid ihr? Ja. Gründer. Tränen. Ausschau. Ja. 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 Nee. Ja. Ja. Ja,nehmen. Ja. 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 Ja, ja, ich hatte nur 20 AP. Tschüss Leute, ich beende den Stream. Tschüss Leute.